Ja, das ist auch eine gute Frage. Was mich an den Adeligen interessiert, oder, ja, das ist eigentlich die, also im deutschen Adel würde ich sagen, wir haben ja offiziell eigentlich die Monarchie abgeschafft. Ja, also es gibt ja seit Wilhelm II. in dem Sinn keinen regierenden Adel mehr. Also zumindest ist das meine absolute Laienkenntnis. Ja, ich kenne mich da auch nicht aus mit den Hierarchien so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern durch Bayern gefahren bin und wir haben uns zum Beispiel die Schlösser angeschaut, dann haben wir nicht das angeschaut, weil wir uns überlegt haben, wie toll das wäre in einem Schloss zu leben, sondern weil wir uns einfach angeguckt haben, was man vielleicht im zum Beispiel 19. Jahrhundert so gebaut hat, was der kleine Mann alles finanzieren musste. Und was auch an Mystik und an Legenden, an Geschichten und an Geschichte, an Historie in unserer Heimat anschaubar ist, um natürlich auch ein bisschen zu gucken. Ich meine, es ist schon auch interessant, einfach mal zu begreifen, dass wenn wir heute irgendwie Post verschicken, dass das natürlich auch aus einem historischen Grund entsprungen ist. Also dass sich das entwickelt hat über die Jahrhunderte und dann finde ich das schon interessant. Also wenn ich dann meiner Tochter halt erkläre, dass das früher halt sozusagen der Postillon hat also die Post gebracht. Ja, dann wurden die Pferde an bestimmten Stationen ausgetauscht, damit wieder ein frisches, ausgeruhtes Pferd quasi die Post weitertransportieren kann. Entweder mit einer Kutsche oder mit einem Reiter und das finde ich einfach Geschichte live miterleben. Also das finde ich wichtig, dass die Kinder das lernen, weil sie oft das Fach Geschichte als etwas sehr langweiliges, trockenes und völlig fern der eigenen Realität empfinden. Und das finde ich, kann man Geschichtsunterricht wirklich lebendig gestalten, indem man einfach direkt dahin geht, wo die Geschichte sozusagen stattgefunden hat. Und dabei lernt man natürlich auch, wer die Geschicke der Geschichte, die zumindest in den Geschichtsbüchern drinnen ist, gelenkt hat. Und dass vieles auch nämlich gar nicht so stimmt, wie es da drin steht. Und dass zum Beispiel man sehr genau auch in der Schule, in den Schulbüchern aufpassen muss, was da an Inhalten drin ist, wie der Inhalt vermittelt wird. Ob die Menschen zum Beispiel noch strukturiert lernen können oder ob das einfach nur ein vernetztes Lernen ist. Also ich denke, da hat sich halt auch beim Lernen auch im Gehirn bei uns schon vieles verändert, dass Kinder heute anders lernen und anders sich anscheinend Inhalte merken. Und ich merke, dass ich aus einer anderen Generation bin, ich brauche viel mehr Struktur, um mich daran quasi festzuhalten und das zu begreifen, was ich da lernen soll. Zurück zum Adel. Ich glaube, dass bei uns eben dadurch, dass jetzt Deutschland kein Königshaus jetzt in dem Sinn hat, was ja in vielen europäischen Ländern nach wie vor gang und gäbe ist, was auch interessant ist, im 21. Jahrhundert noch die Monarchie eine große Rolle spielt. Ich denke, dass die Monarchie dort, ja gut, das hat eine längere Tradition, hat etwas Stabilisierendes, auch etwas Staatsformendes und Staatsprägendes und natürlich eine hohe repräsentative Funktion. Ja, es ist anscheinend immer noch etwas Besonderes. Also ich fand das interessant, dass jetzt zum Beispiel Königin Silvia nach Leipzig eingeladen wird, um dieses Childhood-Haus, natürlich, was heißt eigentlich, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob die dann eingeladen werden oder ob die dann selber anfragen, ob die, ich vermute, dass die immer eingeladen werden und dann halt zustimmen oder ablehnen. Die Frage ist, diese vielen Adelshäuser, die wir ja trotzdem in Deutschland noch haben und das Unwissen, das gemeinhin vorherrscht darüber, hat ja vielleicht auch eine politische Brisanz, dass es tabuisiert wurde, denn viele wurden ja enteignet. Und viele Adelshäuser sind übrigens durchaus auch nicht nur politisch auf der eher konservativen Seite, sondern durchaus auch progressiv. Und ich denke, es gab halt innerhalb den Adelshäusern vermutlich auch natürlich politische Querelen. Aber dass jetzt im, wie soll ich das erklären, im allgemeinen täglichen Sprach- und Geschichtsgebrauch die Adelshäuser, würde ich mal sagen, eher eine geringe Rolle spielen, obwohl die natürlich in vielen Fällen, manchmal regional mehr, manchmal regional weniger, ihre Finger da auch finanziell in vielen Projekten drin haben. Und es ist trotzdem für den Normal-Otto-Verbraucher in Deutschland, glaube ich, so, dass wir eigentlich monarchiefrei leben. Auch wenn das natürlich jetzt Adelige wahrscheinlich anders sehen. Aber das ist zumindest eine, es ist in gewisser Weise tatsächlich eine Tabuzone, auch eine Zone, die bewusst weggeschwiegen wurde, damit die Leute irgendwie nicht mehr wissen, wer, wie, wo, was. Das hat auch was Strategisches. Denn je unwissender die Leute sind und je weniger sie sich orientieren können, umso manipulierbarer sind sie. Und umso mehr ist es heutzutage, 2018, wichtig, sich selbst zu informieren. Und das Interesse für Geschichte, für Zusammenhänge, für vernetztes Denken, für so viele Dinge des Alltags, des alltäglichen Lebens, auch für die Orientierung im Eigenleben, für, aus meiner Sicht, unfassbar wichtig. Also diesen Funken in sich zu tragen, dass man sich was anlesen will, dass man, wenn man keine Ahnung hat, sich vorher ja informieren kann. Und dass man auch lernt, zu improvisieren und zu sagen, gut, ich habe jetzt hier keine Ahnung, aber ich gehe mal auf inneren Navigator und schaue, wie ich mich da durchmogel durch diese Klientel. Das ist für mich wichtig. Und es gibt bei uns, das möchte ich auch noch sagen, eine neue Form von Adel, nämlich ein selbsternannter Adel, die ein Leibeigenschaftssystem, ein Lakaien-System aufgebaut haben, auf den Insignien ihrer, in Anführungszeichen, demokratisch gewählten Macht. Und das finde ich viel schlimmer, als den wirklichen Adel, der einfach über gutes Benehmen, über gute Erziehung, über Jahrhunderte gelernt hat, sich dezent auch zurückzuhalten und trotzdem Gutes zu tun. Also normalerweise ist das die Prämisse. Wirklich edel sei der Mensch, hilfreich und gut, Johann Wolfgang von Goethe. Und das in den politischen Reihen heute überall zu bemerken ist, dass sich da eine politische Nomenklatura bei uns niedergelassen hat, die ein Zentralkomitee-ähnliches Parteifunktionssystem aufgebaut hat. Und wenn du da nicht mitspielst, wenn du diese Regeln nicht befolgst und wenn du denen auch noch ans Bein pisst, dann bist du völlig verratzt.